So, und jetzt kommen wir zu Kolja Goldstein, von ganz viel Liebe zu ganz viel Kriminalität. Das ist doch ein super Übergang. So, Kolja Goldstein, nie allein. Sag mir jetzt nicht, der macht ja auch einen Liebessong, Bruder. Komm bitte, Bruder. Hau mal irgendwas Fettes daraus. Komm. Das fängt aber gut an. Goldstein, Wonderworld. Ja, genau das ist das, Junge. Das ist interessant, das ist interessant. Uuuuuh, warte, warte. Warte, was ist das für ein Beat? Mein Brr. Ist das türkisch? Ja, normal ist das türkisch. Hade, lad. Komm, Bruder, das muss doch jetzt was krasses sein, Bruder. Ich hab Brüder, ich bin nie allein. Ich hab Brüder, ich bin nie allein. In Istanbul, wow, Bruder. In Istanbul. Bruder, geiler, einen geileren Spot kannst du nicht für ein Video kriegen. Ey Leute, ich sag euch, wie es ist. Meine Lieblings, also ich hab jetzt natürlich noch nicht die ganze Welt gesehen. Wallah, ich hab bestimmt drei Städte gesehen in meinem Leben. Warte, falls du das irgendwann deinen Crush guckst. Du musst dich die ganze Welt sehen und auch nicht jede Stadt, weil in Istanbul siehst du die ganze Welt. So, das wollte ich sagen, mein Bruder. Ey, egal wo ich war, wir waren in Barcelona, dies und das. Istanbul ist die schönste und wunderschönste Stadt der ganzen Welt für mich. Wirklich, es ist überall was zu sehen. Du guckst nach links, da ist was. Du guckst nach rechts, da ist was. Es ist wunderschön. Wallah, Istanbul ist wunderschön. Wallah, ich liebe Istanbul. Weißt du, als wir da waren, wir haben gesagt, boah, deine Gasse kannst du da, da kannst du das machen. Du kriegst auch nicht genug. Und vor allem für Musikvideos, ne, sehr, sehr, sehr unterschätzt. Auf jeden Fall. Ich war 14, ging mit Hämmern durch Türen, andere waren mit 17, noch Wände besprühen, die wieder Business und AC tun. Wenn du schon schießt, mach es richtig, ich bin Bargeldhofer. Aventador, die Türen Richtung Janna, egal was du machst, führen die Flügel dich zu aller. Seitdem ich back bin, haben fast alle wie die Raben geklaut. Was willst du machen, wenn fast keiner auf der Straße was tauscht? Ich sag's dir genau, Ratten packt man immer am Schwanz. Das ist doch der Grund, warum ich ab der Karte am Internet fahnd. Warum ich ab der Karte am Internet fahnd? Was? Hat der so gesagt? Ja, ja, ja. Hier, nochmal das mit dem Rattenschwanz. Ich hör mal kurz zu. Umgeklaut, was willst du machen, wenn fast keiner auf der Straße was tauscht? Ich sag's dir genau, Ratten packt man immer am Schwanz. Das ist doch der Grund, warum ich ab der Karte am Internet fahnd. An alle hinter Laptops. Ich schick euch Leute nach Hause wie Black Ops. Keep it free mit Geschäften. Meine Zahlen sind so lang, wie eure E-Mail-Adressen. Ich gehen Dealer erpressen. Aufbiegen und brechen, wollen mich ibe Arsch catchen. Neue Ideen für ein teures Leben. Auf meiner Motorhaube. Ich trunk das Rush Voice Emblem. Uff, 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 uff. Oh, ich schlack Burger dahinter. Aber auch sehr overrated, ja. Masser Burger, Bruder, muss man sagen. Ich könnte jetzt diesen ganzen Spieß einfach ablecken. Boah, was würde ich jetzt tun, um diesen Döner da zu essen? Ich geh rein wie ein Mann, weil mir keiner was kann. Als wenn mich drinnen bin, hab ich Zeit zu entspannen. Draußen nur Stress, trotzdem glauben wir fest, dass wir eines Tages rauskommen aus dem Rauschgeschäft. Alle im Knast oder Flucht. Mach's dich kaputt, nur für Zaster und Schmuck. Massimo aus Afrika, vom Fuße des Aspromont. Zwei Kilo Klassico im Kugeln, das Aschesplotz. Jetzt den ganzen Tag bei Robertos, bis spät nachts im Zuma. Bis irgend so ein Wichser meine K-Klasse zu packt. Steak und Okura. Updates mit Yakuza. 23 Stunden Steak. Bruder, ich finde, Geist ist krank thematisiert, einfach, was er da sagt. Und auch geist ist krank visualisiert. Das ist schon, thematisiert mal visualisiert. Wala, geist ist krank. Wala, geiler Song. Wala, geiler Song. Das Ding ist, bei Kolja stecken immer irgendwelche Botschaften drin. Messages drin. Und eigentlich könnte man bei Kolja hingehen und Line für Line und Line für Line richtig auseinandernehmen. Und googeln und dies und das und Ananas. Weißt du, das macht es so spannend für mich. Weißt du? Ani, Ananas. Knast oder Flucht? Machst dich kaputt. Nur für Zasta und Schmuck. Mach Massimo aus Afrika vom Füße des Asprimont. Zwei Kilo Classico in Kugeln, das Aschesplott. Sitze den ganzen Tag bei Robertos. Bis spät nachts im Zuma. Bis irgend so ein Wichser meine K-Klasse zu packt. Steak und Okura. Updates mit Yakuza. 23 Stunden stehen, Race aus dem Pudern. Traffi J aus Aruba. Wir beide sind nicht gleich und trennen Welten, mein Bruder. Ich hab Brüder, ich bin nie allein. Ich hab Brüder, ich bin nie allein. Warum kann es nicht wie früher sein? Sie treten mir die Türen ein. Ich hab Brüder, ich bin nie allein. Ich hab Brüder, ich bin nie allein. Ich glaub mir, ich bin müde, seitdem ich keinerlei Gefühle zeigt. Tschüss. Cool, Bruder. Krass, warte, warte, warte. Am Ende passiert da noch was, warte. Ja, okay. Doch, ich... Warte, vielleicht doch. Das war der Kameramann, der da hinten... Oh nee, der saß da hinten drauf. Ja, so. Wow. War ein super Song auf jeden Fall. Richtig geil. Auf jeden Fall. Das war der Kameramann, der da hinten drauf ist. Das war der Kameramann, der da hinten drauf ist. Das war der Kameramann, der da hinten drauf ist. Das war der Kameramann, der da hinten drauf ist. Das war der Kameramann, der da hinten drauf ist. Das war der Kameramann, der da hinten drauf ist. Das war der Kameramann, der Kameramann. Das war der Kameramann, der Kameramann. Vielen Dank.